Cape Light Pictures präsentiert die gesamte TV-Serie Monty Pythons Flying Circus erstmals in einer komplett in HD restaurierten Fassung mit deutscher Synchronisation. Sketche, von denen seinerzeit einige aus Gründen des Timings, Geschmacks und Urheberrechts bearbeitet worden waren, wurden eigens für diese Box sorgfältig in ihrer beabsichtigten Länge wiederhergestellt. Und die meisten Animationen von Terry Gilliam wurden neu in HD gescannt und erstrahlen nun in einer in Deutschland nie gesehenen Qualität. Bisher ungesehene Outtakes, Filmeinschübe und Studioaufnahmen verleihen dieser exklusiven Veröffentlichung zusätzliche Einzigartigkeit und Sammlerwert. In aufwendiger Detailarbeit wurde die deutsche Synchronisation an das überarbeitete Bild angepasst. Einige wenige Szenen, die neu hinzugefügt wurden und nie deutsch synchronisiert vorlagen, wurden untertitelt. Dies ist die ultimative Fassung der einzigartigen Kult-Serie und ein absolutes Muss, nicht nur für Monty Python-Fans. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Menschheit immer mehr verblödet, dann zeigt es mir doch bitte schon mal mit einem Daumen nach oben. Denn in Zeiten, wo ernsthaft darüber debattiert wird, ob Schach rassistisch ist, weil Weiß mit der Partie beginnen darf und Männer zukünftig nur noch als nicht gebärendes Elternteil bezeichnet werden sollen. Da muss man schon eine kräftige Portion Humor mitbringen, um diesen Irrsinn und Zirkus zu ertragen. Und wenn wir schon mal von Humor, Irrsinn und Zirkus sprechen, dann können wir uns doch hier einmal diese schicke Box von Monty Pythons Flying Circus etwas genauer ansehen, welche von Cape Light Pictures am 26.03.2021 in den deutschen Handel gebracht wird. Vor uns liegen haben wir dann die Monty Pythons Flying Circus Blu-Ray Komplettbox, wie wir hier lesen können. Die kommt mit sieben Blu-Rays daher, aufgeteilt auf vier Digi-Packs. Der Hintergrund dieser Box ist matt gehalten, der Vordergrund hier mit so einer leichten Spot-Lackierung versehen worden. Das Ganze glänzt dann auch richtig schön, wenn wir es im Softbox-Licht umeinander schwenken. Gucken wir uns mal die Seitenansicht an. Die sieht wie folgt aus. Außerdem haben wir dann hier noch ein bisschen Text auf dem Boden stehen und oben haben wir dann nochmal den Titel stehen. Die Blu-Ray-Box ist wie erwähnt aufgeteilt auf vier Digi-Packs und sieben Blu-Ray-Discs. Hier haben wir Digi-Pack Nummer 4, das ist etwas dünner gestaltet. Dann Nummer 3, 2 und 1. Dieses sehen wir uns selbstverständlich jetzt mal etwas genauer an. Wir sehen, dass das Ganze hier noch einen extra Schuber enthält. Und dann haben wir hier darin noch ein schönes Digi-Pack. Das lässt sich wie folgt öffnen. Hier haben wir noch ein bisschen Werbung. Sehen wir uns mal die Werbung an. Dann haben wir hier noch Jabber Wocky. Das Ganze erschien ja schon von Cape Light Pictures in Form eines schönen Media Books. Habe ich euch schon präsentiert inklusive Film Review. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren hat ja Cape Light Pictures schon Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft herausgebracht. Ebenfalls in einem schicken Media Book. Einen Link zum Bestellen findet ihr unten in der Videobeschreibung aus dem Cape Light Shop. Selbstverständlich. So viel einmal dazu. Dann kommen wir zum Digi-Pack selbst. Wir haben hier zwei Disc vorhanden. Diese sind einheitlich schön gestaltet. Passten farblich wunderbar zusammen. Darunter haben wir ein kleines, aber feines Artwork. Hier haben wir noch die zweite Disc am Start. Und hier können wir dann noch lesen, was sich alles an Bonusmaterial auf der zweiten Disc befindet. Rückseite vom Digi-Pack sieht dann so aus. Cover hier nochmal. Zwischenteil. Und dann selbstverständlich noch die Inhaltsangabe, was sich denn alles für Episoden auf den einzelnen Disc befinden. Kommen wir zur Staffel Nr. 2. Auch diese hat natürlich einen schönen Schuber und ein schönes Digi-Pack. Farblich etwas anders gestaltet. Schlagen das Ganze auf. Aber vom Prinzip her ist es gleich wie Staffel 1. Hier noch mit dem ganzen Bonusmaterial. Also da sieht man, da hat sich Cape Light Pictures richtig ins Zeug gelegt. Rückwärtig sieht das Ganze dann so aus. Sehr schön. Und hier nochmal die einzelnen Episoden der Staffel Nr. 2. Alle guten Dinge sind drei und somit sind wir dann auch schon bei Staffel Nr. 3. Auch hier ein schöner Schuber. Unten nochmal die technischen Daten. Und dann das farblich etwas anders gestaltete Digi-Pack. Auch hier vom Design und vom Motiv her ein bisschen anders. Schlagen es auf. Hier haben wir dann schon die Inhaltsangabe. Die einzelnen Episoden, die jeweils wieder auf dem Disc vorhanden sind. Hier die einzelnen Disc. Das Artwork darunter. Und dann haben wir selbstverständlich hier noch die Infos zum Bonusmaterial. Auch hier wieder reichlich zum Gucken. Während Staffel 1 bis 3 mit jeweils 13 Episoden aufgeteilt auf zwei Disc daherkommen, gab es in der letzten Staffel, Staffel Nr. 4, nur noch sechs Episoden zu sehen. Insgesamt macht das dann 45 Episoden. Also die komplette Serie Monty Pythons Flying Circus haben wir hier zu sehen. Hier fällt dann das Digi-Pack selbstverständlich etwas dünner aus, weil man auch nur noch eine Blu-ray Disc benutzt hat, wie wir gleich sehen können. Erst einmal gucken wir uns die Front hier nochmal an. Diesmal hat man sich für die Farbe Grün entschieden und ein paar andere Motive. Dann öffnen wir das Digi-Pack, haben hier dann gleich den Episoden-Guide am Start und auf der gegenüberliegenden Seite wieder das üppige Bonus-Material. Dann schlagt man das Ganze der Vollständigkeit halber nochmal auf. Haben hier eine Disc am Start. Darunter verbirgt sich dann noch ein relativ grünes Artwork sozusagen. Und damit haben wir dann alle Staffeln durch. Insgesamt vier Digi-Packs und wie gesagt 45 Folgen der Serie Monty Pythons Flying Circus. Von 1969 bis 1974 lief die Serie auf BBC. Also knappe 50 Jahre hat sie schon auf dem Buckel. Da darf man natürlich keine Wunder erwarten. Aber das Bild sieht dennoch richtig gut aus. Wurde HD neu restauriert und kommt im top aktuellen und trendigen 4 zu 3 Format daher. Guckt man mal auf Zack Snyders Justice League. Wenn auch die Serie natürlich nicht mit IMAX Kameras gedreht wurde. Der Ton ist klar und deutlich verständlich. Ist komplett auf Deutsch. Bis auf wenige Szenen, die neu eingefügt wurden. Damit man die Sketche aber in all ihrer Pracht und Länge genießen kann. Diese kleinen winzigen Passagen wurden dann eben mit deutschen Untertiteln versehen. Monty Pythons Flying Circus war der Vorreiter für viele etliche TV- und Sketchshows, die in den nächsten Jahren folgen sollten und es ihnen nachmachen wollten. Da gab es zum Beispiel in Deutschland die Diddy Show mit Dieter Hallervorden oder die Sketchshow mit Dieter Krebs. In England gab es dann natürlich noch Benny Hill, Baldi Man oder zuletzt auch Little Britain. Die wurden allerdings von Netflix und BBC aus dem Programm genommen. Wegen Blackfacing sehr scheinheilig. Denn Filme wie Wayans oder von den Wayans Brüdern wie White Chicks lässt man dann einfach so laufen. Und das geht natürlich klar. Und so kann es aber natürlich sein, dass jetzt nach über 50 Jahren für einige Leute die Sketche von Monty Python nicht mehr zeitgemäß sind. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Meine Oma und mein Opa sind auch nicht mehr zeitgemäß. Sollen die jetzt etwa auch von der Bildfläche verschwinden? Also das halte ich wirklich für scheinheilig. Es gibt etliche Klassiker von Monty Python hier zu sehen in der Komplettbox, die absolut zeitlos episch sind und oft kopiert, aber nie erreicht wurden. Und so kann man abschließend eigentlich nur sagen, ja, die Menschheit verblödet immer mehr. Aber mit Monty Pythons Flying Circus macht das Ganze dann doch noch ein bisschen mehr Spaß. Und so kann man abschließt.